Der 27. April ist der internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche. Auf der ganzen Welt finden dazu Aktionen und Demonstrationen statt. In der Schweiz demonstrieren wir in Fribourg. Ab 11 Uhr morgens gibt es ein Standdorf in der Nähe des Bahnhofs. Um 14 Uhr startet dort der Demonstrationszug zur Uni Fribourg, wo Affen und viele andere Tiere im Namen der Forschung gequält werden. Kommt zahlreich und setzt mit uns ein starkes Zeichen gegen Tierversuche und für die Rechte des Tieres.